. Bitte kommt mit, wir müssen los. Ganz ehrlich, das ist mir zu heikel, ja. Aber kommen hier dann richtig Bäume runter? Ja, deswegen, komm, lass uns mal bitte ein bisschen schneller machen. Das ist euer Reich. Das war ein Witz, das war ein Witz. Ladies and Gentlemen, welcome on board on the flight to Palma de Malliocca. Was war bei deiner Uni los, dass du zu spät kommst? Das sind Pflichtveranstaltungen und dort musst du auftauchen. Das kannst du nicht absagen. Was studierst du? Architektur. Die Jungs waren auch direkt super sympathisch, haben ihr gequatscht. Die haben sich dann direkt kennengelernt. Es war irgendwie sehr schön. Es hat sich direkt angefühlt wie so eine kleine Familie. Wohnst du denn alleine oder mit einer Freundin? Ich habe erst ein halbes Jahr alleine gewohnt, dann bin ich in eine WG gezogen. Ich mag WGs. Wie man vielleicht merken kann, ich bin jetzt wieder in einer Mädchen-WG. Und mit zwei echt süßen Mädels. Wir haben ja dann auch direkt angefangen, so über mega private Sachen zu reden und alles. Und das fand ich auch mega cool von den Jungs noch. Sehr reif, weil ich meine, viele werden wahrscheinlich sehr schüchtern und zurückhaltend. Wie schlafen wir heute Nacht hier? Also wer schläft so? Also ich schlaf auf jeden Fall hier. Ich glaube, Jujus und Jannis wollten gerne nebeneinander schlafen. Die haben vorhin schon geübt, wer großer Löffel und kleiner Löffel macht. Wir haben so ein bisschen die Situation angetestet, wie das so ist, wenn wir so alle ganz nah beieinander liegen. Ob dann so alle sich mitreißen lassen und dann alle plötzlich in eine Richtung sich umdrehen. Ja, aber außen schlafen ist auch nicht mein Favorite. Ich würd auch gerne in der Müsse liegen. Ich seh mich auch eher in der Mitte. Nee, ich schlaf hier. Das schon safe. Okay? Okay. Okay? Leute! WGlerinnen, WGler! Hallo Benni! Hi! Wow! Das sieht ja gemütlich aus. Ja. Ja, ist es auch. Sorry, dass ich euch störe. Ihr habt das wunderbar gemacht gerade, aber es gibt eine amtliche Unwetterwarnung. Habt ihr es gehört? Ja! Das donnert die ganze Zeit. Wir müssen weg. Das heißt, wir haben das alles umsonst aufgebaut. Bitte kommt mit. Wir müssen los. Ganz ehrlich. Das ist mir zu heikel. Wo Benni dann da stand und dann auch plötzlich ganz anderes Gesicht als vorher. Nicht mehr dieses Lockere. Wir kriegen alles hin. So, sondern wirklich. Hey Leute, wir müssen hier weg. Dann war es so. Okay, das ist wirklich ernst. Wir sollten das besser packen und wirklich gehen. Lasst alles stehen und liegen. Wir nehmen nur eure Klamotten. Und am besten jetzt. Ja gut. Ja? Ja, schon wieder. Okay? Kommt bitte mit. Lass das. Alles stehen und liegen lassen. Ja, gib mal meine Schuhe. Geh mal ohne Schuhe. Julius, du brauchst keine Schuhe. Komm, geh mit Socken. Oh Bruder, 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 Bruder. Ich finde, da hat der Benni auch echt gut gehandelt und hat halt gesagt, kommt Mädels und Jungs, packt eure Sachen. So Leute, kommt ihr jetzt bitte. Dann sind wir direkt mit ihm mit. Wir müssen uns tatsächlich ein bisschen beeilen. Aber kommen hier dann richtig Bäume runter? Ja, deswegen, komm, lass uns mal bitte ein bisschen schneller machen. Wir sind ja wirklich auch schnell gelaufen und es war tatsächlich ein bisschen gruselig. Ich war anfangs erst so ein bisschen, ja, okay, warum, warum hetzen wir uns jetzt so? Aber die Stimmung wurde halt irgendwie immer so ernst dran, ernst dran. Da kommt der Wind jetzt wieder. Wir müssen uns booten. Benni war halt auch so, okay, Leute, wir müssen wirklich jetzt hier raus. Zivilisation. Ich würde nicht sagen, ich hatte Angst, weil ich wusste, ich bin in sicheren Händen. Aber Respekt. Und dann haben wir uns ja auch alle beeilt, aus dem Wald rauszukommen. So, kommt mal mit. Kommt hier rein. Das war schon irgendwie ein bisschen wie in so einem Actionfilm. Aber er hat uns ja dann heile in sein Haus gebracht. Es tut mir so leid, es macht alles dreckig gerade. So, kommt mal rein. Home sweet home. Wir haben hier ein Naturfreundehaus und wir haben tatsächlich dieses Zimmer noch freimachen können für euch. Das heißt, wir haben aber nur ein Zimmer. Es gibt Toiletten, die sind auf dem Flur. Ganz klassisch wie früher in der Jugendherberge. Ich besorge euch jetzt noch Bettwäsche, sodass ihr frische Bettwäsche bekommt, euer Bett beziehen könnt und dann alles Weitere organisieren wir dann morgen früh. Okay. Wie gesagt, das im Wald ging nicht und ich denke, das hier ist doch... Ja, vielen Dank. Ja, oder? Dankeschön. Ja, danke. Sehr gerne. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. Also, trotz des Wetters war es ein cooler Tag eigentlich. Also, no Fronter an unser Lager, aber so ein sauberes Bett und so ein Festdach über am Kopf ist schon was Schönes. Ich mach drei Kreuz, wenn ich heute am Bett lieg. Ich schlafe auch wie ein Stein gleich. Ja, war ein anstrengender Tag, Feli, ne? Wenn du wüsstest, ich war gestern bis halb acht wach. Ich war bis halb acht wach? Passt so Primetime. Also dann im Haus war ich wirklich erleichtert. Ich war froh, dass wir dann richtige Betten hatten und dass keine Äste oder Bäume auf uns fallen können und wir nicht überflutet werden oder so. Ich glaube, da ist im Haus die Wahrscheinlichkeit doch noch ordentlich geringer. Wir haben das Ritual vielleicht nicht ganz erfüllt, aber ich finde, wir können trotzdem stolz auf uns sein. Ja. Oder? Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Sehr gut. Super. Schlaft gut, Leute. Ich habe hier absolut kein Netz. Also wirklich gar keins. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Hilft das? Ich weiß auch nicht, ob es hilft, aber irgendwie macht man es automatisch, um zu gucken, ob man irgendwie ein Netz findet. Ich kenne das nur aus dem Film. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig an Orten zu sein, wo kein Netz ist. Jetzt mal abgesehen von Social Media, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile ziemlich an mein Handy gebunden. Ich würde halt eigentlich auch gerne mehr posten, aber irgendwie dauert das alles so lange, bis es hochgeladen ist und gar nichts funktioniert. Ja klar. Du machst das jetzt auch wie hauptberuflich sozusagen, oder? Ja, ich habe mich da jetzt komplett drauf fokussiert. Also ich habe ja jetzt gerade wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Aber für mich ist Social Media mittlerweile wirklich eine Berufsrichtung und ich arbeite ja trotzdem hart. Ich arbeite daran, dass den Leuten mein Content gefällt. Ich gebe mir viel Mühe dafür und deshalb sehe ich es einfach als einen Job. Oha, was ich dabei habe. Oha. Oha. Ist das so ein Sound-Effekt, Mikro? Ja. Oh. Scheinbar nicht. Oh doch, mit so einem Echo. Okay, let's go. PC 594, bitte Achtung beim Reinstieg. Ladies and Gentlemen, welcome on board on the flight to Palma de Mallorca. Wenn du mir bis morgen das Geld nicht bringst, dann haben wir ein großes Problem. Hallelujah, it's raining man. Bevor das mit Social Media ein bisschen angefangen hat, wollte ich eigentlich die ganze Zeit, war ich fest davon überzeugt auch studieren zu gehen. Aber jetzt studierst du ja wirklich. Ja. Ich habe es durchgezogen. Aber es ist halt schwer, beides zu balancieren. Das Studium an sich ist, wie gesagt, sehr zeitintensiv und dann pennst du halt schon sehr wenig. Und wenn du dann nebenbei noch arbeitest und dann noch im Social Media Bereich, das ist schon heftig. Und viele denken ja, dass es ja schon relativ schnell geht und dass man so eine Story mal eben gemacht ist. Ich weiß halt noch ganz zu Beginn, ich konnte nicht einfach mal eben so eine Story aufnehmen. Also ich hatte teilweise wirklich so zehn Versuche oder so gebraucht, bis ich es hochladen konnte. Ich habe mich immer wieder verplappert oder es hat mir auch gar nicht gefallen oder es hat ja auch immer so ein bisschen unnatürlich angefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, das hatte ich auch. Am Anfang war es für mich natürlich auch schwierig, so in die Kamera reinzusprechen. Ich weiß nicht irgendwie, man wollte so perfekt sein, man wollte das einfach, man perfekt spricht, sich nicht fair spricht und alles vernünftig rüberkommt. Ich hatte das auch voll oft, dann war es irgendwie nicht so natürlich, weil ich das so oft neu gedreht habe und irgendwann dachte ich mir wirklich selber, was laberst du da eigentlich? Und dann klackst du deine eigene Stimme nicht mehr. Ja und du denkst, oh Gott und mittlerweile ist das, also ich habe irgendwie so den Dreh raus, dann mache ich einfach eine Story schnell und poste die. Aber meistens poste ich auch die Storys, wo ich mich verplapper. So macht es mir auch viel mehr Spaß, muss ich ehrlich sagen, einfach mein Handy auszupacken, reinzureden und es direkt zu posten. Und einfach alles zu zeigen, so wie ich halt wirklich bin. Also ich denke mal, es wird sich auch weiterentwickeln, aber für mich ist das so, es ist einfach eine neue Berufsrichtung meiner Meinung nach. Und du hast ja auch noch dieses Studium dazwischen, dann hast du ja, boah. Das Studium ist für mich auf jeden Fall meine Priorität Nummer eins, einfach aus dem Grund, weil Architekten brauchst du auch immer noch in 100 weiteren Jahren. Und irgendwer muss halt einfach dein Haus irgendwann bauen. Guck mal, die WG ist jetzt, die wurde vor zwei Jahren gedreht und dass wir immer noch so gut kratzt, ne? Voll im Kontakt stehen, finde ich auch heftig. Also dafür, dass wir so eine Entfernung haben und beide so ein unterschiedliches Leben, aber immer trotzdem zwischendurch hinkriegen, dass wir uns mal ein paar Tage treffen, mal schreiben. Ich finde es gut. Ich auch. Ich auch. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, das hoffe ich auch. Morgen! Na? Gut geschlafen? Ja, ganz kurz. Also es war super, ihr habt das heute Nacht miterlebt, wie das hier noch abging, auch mit dem Wetter und auch gerade mit Blitz und Donner. Von daher war das die gute Entscheidung. Ich stehe immer zu meinem Wort. Und ihr habt zwar ja nicht im Wald übernachtet, aber ihr habt dieses ganze Abenteuer super mitgemacht. Ich habe euch versprochen, dass ihr eine Überraschung bekommt. Kommt einfach mit mir mit. Ja? Und dann schauen wir uns das an. Gerne. Sehr gut. So. Ich finde es mega cool, dass der Benni trotzdem zu seinem Wort steht. Beziehungsweise auch ein Auge zu drückt, weil wir haben ja nicht im Wald geschlafen. Wir haben ja trotzdem Überraschungen bekommen, weil Überraschungen sind cool. Ja. Aber man weiß ja nicht, ne? Wir haben ja hier ziemlich viel mit Natur gemacht. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt passiert. Ah! Oha! Oha! Das ist euer Reich. Geil. Wow! Was ist das denn? Das ist so ein wunderschöner Platz hier. Also im Vergleich zu gestern war es wirklich einfach nur noch Luxus. Und es ist einfach geil. Mit diesem Löwenzahnen im Hintergrund. So, Alter, muss noch Peter lustig rauskommen. Ich war so, perfekt. Wir haben alles aufgefahren. Fettes Frühstück für euch. Haut rein! Herzlich willkommen! Es ist richtig schön angerichtet worden. Und auch generell das Setting hier ist mega schön. Tau, tau! Toni, kriegst du ein Flashback? Ist der aus eurer WG? Ja! Ich bin wirklich fast gestorben! Ne? Also wirklich, ich bin wirklich fast gestorben! Ich verstehe! Ja! Ja! Boah, ich leg mich jetzt so straight auf euch! Er ist so fest! Oh mein Gott! Luven! 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 Es hatte so direkt diesen WG-Vibe wieder. Ja! Ich habe richtig Hunger! Ja, ich auch! Oha! Oha! Wie geil! Ich setze mich in die Witter. Oh mein Gott! Das ist ja geil! Das ist ein Blumenbrötchen, glaube ich! Das sind meine Brötchen! Ich wollte keiner nehmen! Leck's mal ab! Soll ich ehrlich? Nein! Da kann ich mich nicht mehr essen! Nein, nein! Gib mir das jetzt wieder! Was willst du tun? Oh! Oh! Zauber! Ich weiß auch nicht, was mit Janis los ist! Sobald irgendwelche Mädchen dabei sind, dreht er komplett durch! Der blüht dann immer richtig auf! Und ich bin dann immer sprachlos! Sitze nur daneben und gucke immer nur und freue mich! Ey, meine beste Freundin! Der hat zwar gerade einen Freund, aber wenn die vielleicht den nicht mehr hat, wirst du vielleicht mit der zusammenkommen? Mit deiner Freundin? Ja! Janis ist hier so ein kleiner Flirtboy und haut immer seine Sprüche raus! Zeig mal ein Bild! Das ist meine Freundin hört! Das war ein Witz! Das war ein Witz! Ich bin einfach ich selbst und versuche einfach alles zu machen, dass die anderen Spaß haben! Und deswegen kommen manchmal so ein paar Kommentare, das ist auch nicht ernst gemeint! Ich hoffe, es schmeckt euch! Ja! Da unten haben wir ja Ziegen und ich habe euch ja gestern auch gefragt, dass ihr mir vielleicht ein bisschen helfen könnt! Müssten wir die melken? Müsst ihr nicht melken! Aber tatsächlich haben die im Moment so ein bisschen Mineralstoffmangel und die kriegen Medizin! Und wenn ein paar mir vielleicht helfen könnten, das ist ein bisschen tricky, die kriegen nämlich einzeln per Hand! Geil! Treffen wir uns später? Ja! Machen wir einen guten Appetit! Danke schön! Danke Benni! Ich habe ja auch Tiere zuhause und generell so das Ganze interessiert mich, ich finde Ziegen auch richtig cool! Ich habe ein bisschen Angst, also ich hoffe die beißen nicht, sonst habe ich ein Problem! Hier Leute, auf uns und unsere überstandene Nacht im Wald! Prost! Darauf, dass wir jetzt Erwachsene sind! Aber ich finde dafür, dass wir gestern nicht im Wald geschlafen haben, fühle ich mich trotzdem so ein bisschen erwachsener! Oder? Also ich persönlich finde ja, dass der Mensch sich alle sieben Jahre so sau verändert! Also mit sieben ist man ganz anders als mit 14 und dann mit 21 ist es dann auch noch mal richtig anders! Du glaubst an den Sieben-Jahres-Zyklus! Aber das ist wirklich so, das habe ich auch mal gehört! Sieben Jahre kann auch so ein guter Lebensabschnitt sein, wie Kindheit, Jugend, Teenager, Alter, Erwachsensein! Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, weil ihr seid jetzt einen Ticken älter! Aber ich finde so, jetzt kommt man langsam so in diese Aufbruchsstimmung! Jetzt habe ich nächstes Jahr mein Abi! Dann überlegt man sich wohl, will ich hinziehen? Was passiert dann mit meinem Leben? Was will ich machen? Was will ich machen? Jobmäßig! Genau! Und da glaube ich, wenn man das nicht weiß, ist das eine große Verunsicherung! Man muss es nicht direkt wissen! Ich war mir auch unsicher! Weil ich wollte die ganze Zeit Kindermedizin oder Architektur machen! Das sind zwei komplett verschiedene Sachen! Und dann habe ich mich auch einfach entschieden! Aber ich habe es bisher nicht bereut! Ich habe auch gar keine Ahnung, was ich mache! Weil es gibt ganz viele Richtungen, die ich irgendwie cool finde! Ich möchte auch nicht nach der Schule, glaube ich, direkt studieren! Vielleicht erst mal was anderes machen! Reisen! So ein bisschen was kennenlernen! Ich spüre immer mehr diesen Umbruch, dass jetzt die Schule so langsam sich dem Ende neigt und dass irgendwann dahinter auch noch so was Neues kommt, was man jetzt nicht die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre gehabt hat! Aber ich freue mich da eigentlich drauf! Man sollte sich nicht so dann die Gedanken machen und irgendwie den Stress so, was mache ich jetzt und so, sondern einfach mal machen und gucken, wohin das so führt! Ich meine, in der Schule lernst du was über Analysis, aber nicht darüber, was deine richtigen Interessen sind! Und ich finde, das fehlt halt! Ich merke das jetzt auch ganz krass, weil ich muss ja meine eigenen Rechnungen schreiben und so und ja, ich wusste ja nicht, wie ich eine Rechnung schreibe! Und auf Steuern! Das musste ich dann googeln und mit meinem Papa zusammen irgendwie habe ich es dann hingekriegt! Ich finde es schade, dass wir in der Schule nicht die wirklich wichtigen Sachen lernen! Beziehungsweise alle so den gleichen Stoff durchnehmen, ohne dass die Menschen so wirklich individuell gefördert werden! Weil jeder hat andere Talente und die werden halt meistens nicht erkannt oder gefördert! Ich habe zum Beispiel Freunde, die sind total gut in Kunst und dann kann man keinen Kunstleistungskurs bei uns an der Schule nehmen oder so! Bitte, bitte, liebe Politiker, ändert wirklich etwas am Schulsystem! Das kann so nicht weitergehen! Seit Hunderten von Jahren ist es dieselbe Leier und so viele Schüler leiden und werden zerstampft vom Schulsystem! Bitte ändert etwas! Wir können unfassbar dankbar sein über die Bildung, die wir bekommen, weil das halt so ein großes Wissen ist aus allen verschiedenen Richtungen und so! Aber ich finde auch, dass da auf jeden Fall noch großes Verbesserungspotenzial ist! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Verwechslungsgefahr! Hallo! Das ist echt schlecht! Soll ich das lieber machen? Boah! Deine Hörner in meinem Genitalbereich! Leck mal rüber! Da hast du ganz viel Mineralien! Ey, aber das ist ehrlich gesund, oder? Ja! Oh, du hast ein Küsschen bekommen!